Duft-Pelargonien, umgangssprachlich auch Duft-Geranien genannt, sind beliebte Kübelpflanzen für den Balkon oder die Terrasse. Diese Gruppe von Pelargonien zeichnet sich durch stark aromatische Blätter aus. Der intensive Duft nach Rosen, Zitrone oder auch Pfefferminz stammt von ätherischen Ölen, die der Insektenabwehr dienen. Im Gegensatz zu anderen Pelargonien, die zwar auch essbar, aber nicht schmackhaft sind, eignen sich die unbehandelten Blätter und Blüten der Duft-Pelargonien zum Aromatisieren und Garnieren von Speisen und Getränken. Duft-Pelargonien